Hallo und herzlich willkommen zurück zu Road to Prestige Master, heute jetzt mal eine Runde Herrscher, äh, Scharfschützen. Schön tot, Alter. Ja, ich auch. Wow, wow, what? Ich bin hier am überabgehen mit... mit meinem variablen Zoom hier mit der LSAT. Bisschen campen. Da geht was. Da geht was. Ey, wenn du crouchst, dann hast du so krass weniger Recoil, Alter, ist unglaublich. Oh, da war jemand hinter mir. Ahaha. Komm, wechsel jetzt die Waffe. Mann, warum sind es immer zwei? Los, gehen wir was Gescheites. Was ist das denn? Was ist das denn? Nee. Alles gar nicht so schlecht mit dem Visier und die... Mann, der hat die Chico mit. Schnell 10 geriffen. Lol. Sie werden geponert. Und wie bei dir hinten kommt niemand, ne? Noch immer einer so. Noch ein LMG. Oh, die ist nur der Ferne einfach. Und ich kriege erst mal direkt auf den Sack, Alter, wie viele Punkte hast du denn? Ich kann ja gar nicht glauben, dass du hier zu viele Punkte hast. Ja, schluss, ich bin dauernd, ich bin dauernd, nee, natürlich, ich bin nicht dauernd, Alter. Weil wieder so eine Oberskiller-Waffe kommt, Alter. Ey, du kommst aber auch schon so angeeimt um die Ecke, ne? Ey, Burro, fick dich, Alter. Nein, nein, ja, nein, ja. Scheißendreck, ey. Nein, ich schieß doch schon. Und dann kommst du erst um die Ecke. Jawohl, mit Schalldämpfer. Ist klar. Das Ding hat ja schon so eine Kack-Range. Ey, goddammit. Ey, nein. Ja, er kloppt erst mal die ganze Munition raus und dann, oh, ist der dumm, ey. Hallo. Nein. Nein, das soll jetzt nicht, dein Ernst. Mann, das Ding. Mit Schalldämpfer. Das kannst du doch knicken, das Teil. Boah, es geht eigentlich, wenn man nah an die Leute reinkommt. Du musst die immer erst schießen lassen, meistens verkacken sie es einfach. Jawohl. Erstmal Dublé hier. Fick dich doch, Alter. Ich hab den Headshot gegeben. Boah, Alter, ich komm noch mal ran hier. Ich komm noch mal gut ran. Aber ich hab gerade fast keine Kills gemacht, Alter. Womit ist'n die überhaupt? Was hat die für Aufsätze? Gar, äh, gar keinen, oder? Ich weiß nicht, ich weiß jetzt noch auf. Oh, Gott, aber ich sterbe auch gerade am laufenden Bande. Am laufenden Bande. Habt ihr einen gehört, hier? Akimbo, jawohl. Ey, schießt vorher, ja. Na, 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 schlappe. Shit. Egal, jetzt hab ich noch mal gute Punkte gemacht. Mann, die, die ist so kacke. Ich hasse Akimbo's. Ich hasse Akimbo's. Jawohl, blaue Tigerstreifen. Nein, ey, das ist richtig euer Ernst. Nein, warum sterb ich denn jetzt? Nein, komm, was, die nächste Wahl, komm, was gut ist. No, Mann, ich schieß auf ihn, er kriegt deinen Hildmarker. Er schluckt, kommt, 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 kommt. Und die ist die Empfindlichkeit voll cool mit dem Teil. Auf den Zeitplan achten. Ne, den Marker? Gott, sind die Typen alle schlecht. Nein. Ey, lol. Ey, ich kann hier nicht nifen. Ich konnte hier nicht nifen. Sondern. Loll, Double Kill, Mann. Gott, sind die schlecht. Alter, ich farm hier Headshots. Alter, das musst du mal reinziehen. Gott, sind die schlecht. Guck mal, wie viele Punkte ich zum Schluss noch gemacht habe. Loll. Loll, du hast noch über vier Punkte gemacht. Alter, guck dir das mal, wie schlecht. Und der kriegt auch noch n' Ding, ey. Der war Headshot. War es ein Headshot? Überheftig, Alter. Überheftig, aber zum Schluss. Und das hat voll geleckt. Ich hab die Kills alle immer so richtig verzögert bekommen. Okay, eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Direkt nochmal hijacked. Hijacked! Hijacked, hijacked. Alter, aber der Typ excuse me, ne? Der ist voll abgegangen mit den LMGs am Anfang. Gegen den Herz-Clan. Ist ja gay. Willst du heute den Superbowl gucken? Guckst du den? Nö. Nö, ich auch nicht. Oh, du wurdest Zombie gesuchtet. Ja, richtig. Oh, wir versagen wieder, genau wegen dir. Ah, ja, welchen Lava-Sterbe. Also, wenn ihr mehr Zombie-Gameplays sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Teilt das Video euren Freunden auf Facebook. Tim, du bist rausgeflogen. Ernsthaft? Nein. Ich lade dich wieder ein. Oh, wie süß von dir. Ich bin nicht rausgeflogen. Doch. Ey, gut. Ja, geht doch, geht doch. Oh, doch. Ne, heute... Ne, aber wir versagen jedes Mal wegen Tim. Das ist unglaublich. Weißt du, wir sind so kurz vor Schluss sterben wir. Und Tim macht dann immer irgendeine Kacke und versaut immer. Oh, da ist ein Zombie. Wie ich knife ihn mal, bis ich sterbe. Oh, endlich mal was ordentliches und nicht so gleich mit LMG starten. Ne, da könnte man nochmal kotzen. Ne, meine Mutter ist schon wieder im Internet und ich habe eine Tuba, ey, geil. Ein Magazinerweiter war noch nicht schlecht. Also, lohnt sich irgendwie gar nicht mit 10 Schuss mehr. Hälp 10 Schuss? Naja. Bei manchen Waffen lohnt sich's viel mehr. Gott, ist das verzögert. Nein, ey, das kann ich mit... Ey, das ist so... Ohne Scheiß, wenn ich gewinne, dann fress ich einen Apfel. Alter, ich... Boah, ich krieg den Kill so verzögert, ne? Ey, Wuro, warum brotst du denn da, Alter? Nein. Ja, der Typ spawnt auch einmal hinter mir. Was ist denn da los? Nein, ey, komm, head, bitte da. Nein, nein, auf einer Tuba, das ist ja mal... Ey, du kannst ja gar nichts machen, ne? Boah! Hä? Lol, Mann, was war das denn? Ey, ich krieg die Kills einfach mal so verzögert. Du kriegst die Kills gar nicht. Ja, aber wenn? Du jetzt kriegst. Headshot. Nein, ach, du hast die Ruhe im Sauna, Alter. Sag grad, überfällt, oh. Das war auch vollfällt. Ey, ich kann dich überhaupt nicht treffen, Alter. Ja, ich auch nicht. Ich kann dich auch nicht treffen. Jawoll! Jawoll! Wie geil ist das denn? Oh, ich hasse die S-O-U. Eigentlich wollte ich nie wieder mit der spielen, ne? Ja, muss gleich quitter. Ey, ey, ey. Lol, der spawnt einfach mal direkt hinter mir. Das kannst du doch nicht bringen, ey. Los, lacht nach. Los! Ja, von allen Seiten schießen sie auf mich. Ey, das kann doch was werden, ne? Ich lache es nicht. Nein, ey, das kann doch nicht. Er pre-fired da lang, Alter, mit einer Sniper. Oh, ja. Jawoll! Ja, ich hasse diese Scheiße! Boah, ist das kacke, Mann. Warum müssen die das immer bringen, ey? Komm schon, jetzt campen wir mal hier ein bisschen. Kriegt er wie nichts Punkte abgezogen, wenn er sich selber tötet. Ich glaube nicht. Haaah. Bei Waffenspiel wird man gederankt, wenn man sich selber tötet. Oh, ey, das kann nicht sein. Ich frack ihn an, ja, und er mich... Von allen Seiten immer boom, boom, boom. Jawoll, extended. Komm, jetzt. Schnelles Magazin, das ist geil. Ey, wer ist weg da? Das ist doch. Das ist doch. Ne, doch nicht. Das ist weg da. Ja, ich pona die gerade hier über. Nein, ey, das kann nicht sein, du frisst zweimal drei Bursts, Alter. Ey, ich bin wieder in Führung, geil. Zwei geile Comebacks, wenn ich das noch tue, ne? No, der hat auch zwei volle Bursts geschluckt. Aber richtig. Jawollo. Ja, boah, dass Geland startkommt. Da geht es dann direkt ab, war? Gott. Blutwurst hat mich getötet. Ich habe voll gepriegt, weil es. Oh, du Marder. Ich habe voll Angst, irgendwie. Da spawnen sie. D-d-d-d-d-d-d. Oh, das sind so ne Boons, äh. Jawoll, mit Target Fighter. Oh, ich liebe Target Fighter. Wenn normale Waffe kann ich nicht machen, das ist eine gewaltige Scheiße. Ja, wahr? Und der Wallbank nicht durchs Schiff, mhm. Nein. Loll, ich führe gar nicht. Doch, jetzt aber. Och, Loll. Am Ende verkeil ich es. Ich führe wieder. Ich führe dich am Ende nicht gestorben, Alter. Ey, guck dir das mal an. Wie fies der da hinten headglitscht, Alter. Und auch noch einsteckt ohne Ende, Alter. Guck dir das heute an. Oh, nö. Und der, ah, oh. What the fuck, ey. Egal, Zweiter. Schönes Spiel. Schönes Spiel. So, haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. No, tschüssi.